Zählendorf-Eiche Winfriedstraße S-Bahnhof Sundgauer Straße Bolchener Straße Dahlemmer Weg Karstenstraße-Ringstraße Berner Straße Bundesarchiv Karwendelstraße Götzallee Drake Straße Ostpreußendamm Königsberger Straße S-Bahnhof Lichterfelde Ost Diese Fahrt endet hier Bitte alle aussteigen This bus terminates here All change please Zählendorf-Eiche Winfriedstraße S-Bahnhof Sundgauer Straße Bolchener Straße Bolchener Straße Dahlemmer Weg Karstenstraße-Ringstraße Berner Straße Beginn der Umleitung Start of Diversion Start of Diversion Tegler Straße Altdorfer Straße Götzallee Drake Straße Ostpreußendamm Königsberger Straße Ende der Umleitung End of Diversion S-Bahnhof Lichterfelde Ost Diese Fahrt endet hier Bitte alle aussteigen This bus terminates here All change please Bitte tragen Sie auch weiterhin eine FFP2-Maske Die Mitfahrt ist nur gestattet wenn Sie geimpft, getestet oder genesen sind Please remember to wear an FFP2-Mask Please know that traveling with us is only allowed if you are either vaccinated, recovered or tested Ab sofort können Sie wieder vorn einsteigen und Ihre Tickets kontaktlos zahlen Fahrgäste mit gültigem Ticket können auch weiterhin hinten einsteigen You may now enter the bus from the front doors again and buy your tickets with contactless payment Passengers with a valid ticket may still enter the bus from the back doors der KC-Gest Der KC-Gest Die Mitfahrt ist nur noch nicht oder gesteint wurde mit gültigem Ticket Untertitel